jetzt erst was ist er weg ja da ist es nicht du hörst dich immer so an als ob du gerade verreckst ich habe auch einen ganz schweren knüppel in der hand und herzlich willkommen bei einer weiteren folge mit dem großen knüppel ganz toll so leute im chat bei der bundeswehr gefreiter beim fachschule hauptwahl wenn sie und angekommen sind holt sie der lkw ab müller springt zieht die leine nicht zwei zweite leine wieder nicht scheiß bunt nichts geht der lkw wird auch nicht da sein ja lass mal hier dann das holz nehmen ich glaube wir müssen gleich mal eines dieser camps hier das was ganz nahe bei uns dran ist müssen einfach mal klären und will sein erklären ja alle abschlachten ist unser revier wagen ist voll ich weiß ja nicht ob das geht denkst du man kann einfach an ihr alle kannibalen tüten alle wird schwierig aber so von einem camp mit sicherheit ich glaube vom spiel lässt es auch gar nicht zu glaube ich jetzt kann ich dir nicht sagen ich kann ja auch nur sagen dass wir eine bank unbedingt brauchen immer bauen der bank gut mensch ja ich habe keine power mehr du hast keine power ist denn richtig rum so hier an die pakti baum stellen wir hier an die bank bitteschön danke setzt du dich an 10 ja da unten laufen wieder zwei rum ich kann mich nicht hinsetzen kannst du dich ich weiß gar nicht ja hey energie geht voll krass hoch ironie oder echt wirklich gleich wieder komplett voll muss ich mal testen mir gleich die wände werden für dich jetzt kann ich mich aber ja schön war eine tolle bank was eine tolle bank meisterwerk ja anny lass uns mal schnell noch ums feuer kümmern ja dass das hier schon mal brennt ich sehe schon wieder nicht mann 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 das wasser auf jeden fall schon mal schlau ja leute im chat habt ihr nichts mehr zu sagen schaut jetzt alle gespannt zu warten auf die nacht ähm ähm hä wo ist denn jetzt unser feuer hast du draufgeschlagen nein ich stand doch hier hinten und wieso sind ja jetzt schon wieder drei töpfe keine ahnung okay warte wollen wir das andere feuer wieder all right sock gerade ist so t auch sehr gut hoffentlich hält es auch mal länger ist der topf jetzt wieder leer ja ne ja natürlich alle haben angst und halten sich die augen zu ja aber gut dass das spiel in der final version jetzt schon ist ja ohne wachs voll so ich esse mal noch ein stückchen fleisch ich auch morgen müssen wir wieder auf jagd gehen dried meat perfekt das dried meat ist super das hält halt ewig und macht sich komplett voll das ist immer noch total nervig ach du schaust gerade an einem nas will meine festplattensammlung verringern auch gut ja du kannst ja jetzt schon was trinken jetzt auch was trinken ja warte ich noch einmal einmal ja toll wir haben immer noch kein dach aufriff über den kopf das wird dann morgen wahrscheinlich fertig werden hier wir kommen wir jetzt ja ja das ist immer hier dach bauen das ist der wie braucht man denn dach keine ahnung ich sehe nirgends von dach worum es bei the forest geht meinst du das walkie ah wahrscheinlich mit dem floor einfach ne ah ja ja floor ja sir henry ich spende 3 euro annie mach weiter so dankeschön und dann haben wir ja fast das goal schon geschafft das wäre natürlich perfekt ne ja guck annie ja dann müssen wir morgen früh wieder holz dann würde ich aber tatsächlich außen noch eine treppe von hier nach oben bauen so dass man das oben einfach nur als offene fläche nutzen kann was hält sie davon keine ahnung wie das gehen soll wir müssen ans feuer also ich zumindest ja ich auch gleich warte mal nehm ich custom roll also es geht hier sozusagen hast du dir meine let's plays noch nicht angeschaut man 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 nein es geht allgemein darum dass aua aua was ich krieg damage ja weil du nicht hier bist es geht halt allgemein darum dass du sozusagen mit dem flugzeug abgestürzt bist jetzt bist du auf einer einsamen insel aber hier leben halt kannibalen so und dann gibt es halt so ein story part genau dein kind wurde entführt genau dein kind wurde entführt es gibt ein story part den du halt einfach nur spielen kannst oder du kannst hier unendlich sachen bauen und so kann man auch ein paar sachen mit äh guck mal jetzt wird aber unser trinkding da hinten voll glaube ich hast du dein hast du ähm was im inventar hast du deinen topf wieder im inventar annie äh nein wenn du nimmer ich das ja weg hab der wertvolle topf so können wir wieder schlafen oder nicht ne können wir noch nicht es ist noch zu früh ist noch nicht dunkel ja genau das ist noch nicht so weit was du mit den komischen bewegungen da ganz schön das ist der eingeborenen tanz ja es ist ja nicht schon wieder 80 ich denke mal da vorne werden taschenlampen mann ja aber dann ist es einfach dann bist du das halt einfach ne ne der hier der wasserfall der sich im lichte der nacht reflektiert so wie viel brauchen wir denn jetzt hier eigentlich noch ich glaube ewig vielen ne 23 baumstämme 5 plus 5 33 36 plus nochmal 10 46 baumstämme brauchen wir noch alter mach schon mal direkt inventar rein kann man auch ein bade bauen ne warte mal ich guck mal b mit sicherheit oder ja small bed dafür brauchen wir aber die seile wir müssen echt mal in so ein eingeborenen dorf gehen ich glaube es auch ein large bed so happy birthday trap Soll ich das schon mal irgendwo hinstellen, das Smallbed? Ja, warte mal. Hier ein Fireplace können wir hier reinbauen. Das wäre doch cool. Wir haben genug Steine und dann hätten wir drinnen was. Ich baue das mal hier rein, ja? Ein Fireplace nach innen? Ja. Oha. Wenn es geht. Nicht, dass uns hier alles abfackelt. Weil auf jeden Fall... Achso, ah, der Kamin-Fireplace. Ist der richtig rum? Der ist falsch rum. Ich habe es weggemacht. Ich baue den mal richtig rum hin. Ich verwirre das gerade, was hier richtig ist. Ah, jetzt habe ich den hier so richtig dumm platziert. Okay, warte, ich mache das mal, ja? Mach mal. Ich gebe dir recht beim Fireplace. Alter. Der sieht halt komisch aus. So, so rum ist auf jeden Fall. Ich brauche dich rum. Stell mal hin. Ich drehe den noch einmal im Kreis. Gut aus, ne? Ja. Wollen wir schlafen? Na nicht. Geht immer noch nicht. Du kannst aber schon ein paar Steine nehmen. Das ist ja... Wir haben ja super viele Steine. Huh. Das wäre jetzt fast schief gegangen. Ich bin schon wieder fast hingelegt. Ich bin schon wieder hause. Ja, das machen wir aber morgen früh das Essen. Ja. Hallo, Lenny. So, Leute. Ich würde aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin... Sehen wir uns. Nein, 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 kannst du dich einfach abbrechen hier? Ja, doch. Folge ist zu Ende. Ja, nein. Wie, die Folge ist zu Ende? Nein, also, warte mal, warte mal. Wir sind doch gerade mitten am Kamin machen, mitten in der Nacht, da kannst du doch nicht einfach... Eigentlich schon. Ja, warte mal, warte mal. Lass uns die Steine da reinmachen. Ich weiß aber nicht, ob wir für alle Steine halt... Genug haben. Ich glaube nicht, dass wir genug Steine haben, aber... Aber fast. Fast. Ui. Da liegt auch noch einer. Ach nö. Was? Ach nö. So, 40 von 68. So, dann würde ich jetzt aber ins Bett gehen, Anni, oder? Ja, wir gehen jetzt schlafen. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.